Stia, St to keep running! Weg, 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 weg! Rchi, 3, 2! Weck Claudius! Weiter, weiter! Er kann hoch. Achtung kommt noch. Jenna! Hamman! R вос for the sprint! Il taht어보 graduated. In Granada! Hinten! Hinten mechanics! Los geht's ja beim Niederluft! Pass auf, der Läufer! Läufer, läufer! Ja! Rettel! Rettel, Rettel! Rettel, Rettel, Rettel. Läufer, Rettel, 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 Rettel! Läufer, Läufer, Läufer! Hinter dir! Finne Start! Hintermann! Hintermann! Halper hoch! Halper kommt hoch! Halper kommt hoch! Halper kommt hoch! Halper! 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 Hinter dir! Halper! Stopp! Weg! 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 Kette kommt, Lars. Kette kommt, wir zu dir. Sehr schön. Martin, lasst ihn einfach! Schmeiß ihn das! Und alle pippen! Martin wechseln, Martin wechseln, Martin wechseln, Martin wechseln. Warum macht ihr das? Geiler Spiel zu dir! Dann hat man sowas! Wir haben den Läufer, wir haben den Läufer! Direkt, direkt! Nimm gleich hier. Beide rein! Drei, zwei, eins, Stryker! Tres! 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 Oh, 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 oh! Halt da! Oh, oh! Guck! Guck! Fertig! Läufer, Fertig! Tres! Drei, zwei, eins, Stryker! Tres! 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 Vorsicht, hinter uns! Tres! Tres! Läufer! Läufer! Läufer, Läufer! Aufeان! Läufer, Jahn, Jahn! Kette nicht, Kette nicht, Kette nicht! Kette nicht! Kette nicht! Schack! 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 Was macht denn das Arbeiten überhaupt? Ja, durch! Du hast hier drauf geschlagen! Gleich wiederholen! Schack! Manche Spiele, gerade auch unsere, waren ja manchmal zu Null gegen oder verloren. Wenn man mich jetzt bitten würde zu schätzen, würde ich deutlich höher schätzen. Ich hab's gefilmt, Fu! Schöner Dive! Jetzt auch, jetzt auch! Ja gut, aber ich bin ja auch erst später dazu gekommen. Stimmt allerdings. Sie haben mit dir quasi abgebaut. Mit mir, Kaya und Liebe. Kaya hat tatsächlich das Turnier, das ich gegen sie gespielt habe, war damals in Lübeck. Und da hat sie mir so übelst von der Seite auf die Arme gesemmelt, dass ich dann davon zwei blau Blutergüsse gekriegt habe, die jetzt richtig gut waren sogar. Es ist halt wirklich, mir ist die Pompfe aus der Hand zu fallen. Also es war echt so... Fatsch! Beide, Schöner Dive! Jetzt war gerade aber auch ziemlich gut, halt. Hey, hey, hey! Hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, 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 hey! Hey, 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 hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, 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 hey! Ich dachte jetzt eher so, ne? So nackte Frauen... Es ist wie das die Frauen-Football-Lieb, ne? Wo die alle sehr knapp im Höchstchen spielen müssen. Aber deswegen guckt das noch keiner. Halt und reich. Nein! Er arbeitet bei einem Rollen-Foot-Lieb. Nein! Ich hätte nicht! Dann können wir loslassen! Tschüss! Tut mir wirklich, wirklich leid. Nicht böses gegen mich. Ich war vorgestern mal Ikea. Wollte bezahlen. Oh, ich hätte eine EC-Karte mitnehmen sollen. Kann ich das auch morgen noch machen? Und wir müssen es heute noch wieder abgeben. Ja, okay. Ich fahr mal zu Hause. Ich stand echt schon bei 10 Minuten an der Kasse. Ich bin einfach pennen. Ich bin einfach pennen. Da! Hier! Lassack! 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 Komm! 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 Wiederholung! Wir sind auf dem Feldweg gefahren, haben da gepennt. Und irgendwann um drei werde ich wach und denke mir so, was klingt hier so und dann sehe ich so schlaulich. Und dann sehe ich halt auch schon zwei Taschenlampe ankommen. Und der eine halt so... Simeonzi! Simeonzi! Die Franzosen sind ja mal ein bisschen vorsichtig. Der eine hatte quasi auch schon die Waffeln am Start. Ja, gut. Das ist ein... Da hingefahren und dann so, ja, wo ist der jetzt eigentlich Jury-Ketter? Nee, ich dachte, du hast geguckt. Ja, nee, du hast auch geguckt. Ja, geil. Irgendwie unten gefragt, da ist sie. Und dann dahin so... Oh, alles dunkel. Irgendwie komisch. Sind wir sicher, dass sie hier ist? Alter, auch noch pro Smartphones zu spielen. Ja, so, ja, okay. Ist hier. Irgendwie runter zum McDonalds wieder zum Bahnhof. So eine halbe Stunde entfernt. Da gab es einen Computer. Ach so, die hat keine Saison mehr. Ja, geil. Ja, und jetzt? Ja, weg ist das bis 1 auf. Lassen wir bis 1 hier bleiben und dann überlegen wir uns was. Irgendwie so... Da hinten bauen die. Da stehen zwei Polizisten und regeln den Verkehr. Wir hocken uns auf die Parkbank daneben und pennen da. Die Polizisten haben uns auch echt angeguckt so. Die dauern jetzt mal nichts zu besagt. Ja, da muss so. Nee, die standen da auch die ganze Nacht. Und irgendwann morgens wegen 5 Uhr und sie dann abgelöst haben. Und so, ciao. Und ciao. Egal, der kann jetzt, der kann jetzt. Aber ich weiß, war da überhaupt was groß? Nee, da hat man nichts los. Also da fuhr nach 11 Uhr. Und da hinten ist dann irgendwie 11 Uhr abends, als wir festgestellt hatten... Das ist doch. 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 Einen Namen vergessen. FKK macht das! Zusammen stehen! Zusammen stehen! TÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄƄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Also, ich habe keine Frau, nur die Körper.